Willkommen hier zurück zu Stalker Shadow of Chernobyl. Ja, 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 das habe ich schon mal gehört. Wir haben schon ein Ende gesehen, ein Ende, was ziemlich endlich war, allerdings nicht sehr erfreulich. Muss ich ja mal auch selber hier zugeben, das war eines von den schlechten Enden, die wir hier kriegen können, oder von den bösen. Ich habe das noch mal nachgestellt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir hier uns den Wunschgönner angeschaut haben. Und da, ne, dahinter ist der Ding, der Klumpen. Und der Typ ist aber gerade mächtig laut, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Naja, also zumindest höre ich den gerade sehr laut auf dem Kopfhörer, ich drehe mir ein bisschen leiser. Das brülle ich hier so rum, das wollen wir ja auch nicht. Und zwar, wir kamen ja von, äh, 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 hier, ne, sind wir hier reingelatscht. Von da, hier waren ja, hier waren ja Typen, die liegen dann auch alle in der Gegend herum. So, und, äh, hier ist auch ganz viel Zeugs noch. Wieder mal dieses schöne Bild des Gruppenkuschelns hier. Sind alle halt ein bisschen müde geworden, ne? So, sind wir hier da lang gelatscht. Man kann allerdings hier einmal komplett rumgehen um diesen inneren Teil. Weil da drin geht's dann, ging's dann ja hoch, die Leiter hoch. Und wir können einfach auf der anderen Seite entlang gehen. Und finden dort weitere Räume. Hier. Na, kann man hier erkennen. Weitere Gänge, hier ist ein bisschen dunkel. Huch. Fährliches Strahlenniveau. Ja, 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 Niveau, da kennen wir uns mit aus. Zack. So, und zwar, sehr dezent leuchtet dann hier so ein Lichtlein. Ich zeig das nochmal eben hier. Hier hinter liegt halt noch Blagang. Wunderbar, hätte man auch von der anderen Seite hier durchkommen können. Ist alles ganz wunderbar. Da liegt noch ein Skelett auf dem Tisch. Dahinter sind noch so ein, zwei Räume. Da ist aber genau gar nichts. Hätte man ein bisschen hier kämpfen können und sowas. Falls da noch Gegner gewesen wären. Aber hier ist eine Leiter, die uns hochführt. Auf eine weitere Ebene. Huch. Die man auch direkt wieder runterfallen kann. Ja, was man alles kann. Die Tür mithilfe des Dekoders öffnen. Das ist das, was wir eigentlich wollten. Hier ist nichts. Die Tür ist auf der anderen Seite. Hier ist genau gar nichts. Ich muss auch sagen, ich habe gerade mal ein bisschen vorgespielt. Um zu gucken, was denn hier so auf mich zukommt. Zumindest bis ich bei der Tür war. Also um halt zu gucken, wo die Tür denn eigentlich ist. Wir finden hier noch einen Exoskeletten. Einen weiteren Anzug, den wir schon haben. Aber unsere ist mittlerweile schon etwas ramponiert. Ich weiß nicht, ob der besser ist. Oh, der ist aber auf jeden Fall besser. Zack. Einmal hier. Den haben wir... Nein, ich will das anhaben. So. Dann kann ich den ja jetzt hier... Den da unten. So. Kann ich eigentlich wegschmeißen. Oder ist das... Das ist ja eigentlich ein besonderer Panzerung. Ach, das ist der von dem Kollegen hier. Aber... Ich weiß nicht genau. Wenn er schon halb kaputt ist... Von den Werten her ist es ja deutlich schlechter jetzt. Hau ich mir... Ah, scroll runter. So. Hau ich mir lieber mal den anderen hier an den Latz und schmeiße den hier einfach mal weg. So. Weil wir sowieso schon zu überladen sind. Auch das hier fallen lassen. So. Wunderbar. Ich habe zu viele Waffen dabei. Liegt daran, dass ich zu viele Waffen dabei habe. So. Die kann ich... Das Problem ist, das Ding hier ist schon fast Schrott. Und das hier... Na, das geht schon. Aber... Na, eine von denen hier ist halt... Egal. Ich habe zu viel Gepäck hier dabei. Das reicht schon. Das kriegen wir hin. Kein Grund zur Beunruhigung. Das machen wir später. So. Hier ist die Tür. Hier hinter. Und hier ist noch ein kleines Kistchen. Mit ein bisschen Zeugs zum Mitnehmen dabei. Und zwar sollen wir jetzt diese Tür herhacken. Wir haben 30 Sekunden Zeit. Und wir sehen direkt... Oh, oh, oh. Da hinten, da ist... Da ist nicht gut. Da sind gleich Gegner. Deswegen haue ich mir mal hier das Gaussgewehr... In die Hand. Ich versuche die Typen hier auszuschalten. Wenn sie denn wollen. Also im Moment sind sie ganz normal... Huch. Im Moment sind sie noch relativ entfernt. Aber wie viele da auf sind. So. Und die Tür ist auf. Und ich würde einfach mal da reingehen. Ja, zack. Rein. Und... Wir sehen uns auf der anderen Seite. So. Auftrag erfüllt. Geheimes Labor. Das ist gut. Das ist die Tür. Die ist aber klein. Die sah von der anderen Seite größer aus. Oder ging es da nochmal runter dahinter? So. Gaussgewehr. Ich mache jetzt mal hier wieder einen auf den Nahkampf. Was heißt Nahkampf? Hier, ne? Ein bisschen das Ding wieder. Ich hoffe, da finden wir noch ein weiteres von. Weil das ist eigentlich ganz gut. Oder wir nehmen wieder das GP... Dingens 36. Hahaha. Hallo. Auf jeden Fall, hier ist... Das ist schön, ne? Ist man in einem geheimen Labor, wo die Tür schön gesichert ist. Und dann stehen ja trotzdem tausend Leute rum. Hallo. Ich glaube, ich werde oft sterben. Aber nicht dadurch. Hallo. Ach da. Der ist weg, aber der... Das schießt jemand von... Immer noch von links? Moment mal. Hier ist noch niemand. Ah, da sind auch noch welche. Ich kann mich auch hier rumlehnen, ne? Also... Habe ich ja noch quasi... Also habe ich viel zu denken gemacht. Ist da auch noch... Moment. Äh... Gauss. Sieg aus. Tag ein, Tag Gauss. Ist er weg. Ich höre von links und von rechts Typen. Das kann nicht gut sein. Äh, da sind ja überall welche. Schreckt getroffen. Frechheit. Als Gauss-Ding ist gut. Ist halt... Aber echt? Hier sind überall welche. Also wirklich überall. So, komm raus. Na, ich will deinen Kopf sehen. Ich will dein Lächeln sehen. Um es wegzubrezeln aus deinem Kopf. Hallo. Komm rum. Tja, jei, 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 jei. So haben wir hier denn überhaupt... Alle Leute so umhauen. Ich vermute es einfach mal. Die lebt doch noch. Kann ich mal rauskommen. Ich meine, wir können jetzt nicht einfach hier durchrennen, oder? Einer weniger. Da ist aber noch einer mehr. Hallo. Jetzt mal nicht so ungeduldig werden hier. Freunde der Nacht. Mal nicht so reaktiv werden wie so ein Reaktor. Aber wo kamen die Schüsse denn her? Gut, wir haben aber relativ wenig Leben verloren, muss ich ja mal zugeben. Das hätte schlimmer sein können. Ja, du bist da. Ich muss nochmal hier zurück. Wobei, ich kann auch mal auf das hier noch umsteigen. Da haben wir noch genug Muni für. Man will ja auch so ein bisschen sparsam hier dabei sein. Ich weiß nicht, ob da oben noch genug herumgegaust wird. Dass wir uns da wieder was abgreifen können. Man könnte natürlich auch erstmal das eine verbraten und dann nach dem anderen schauen. Ach, jetzt rennen die da rum. Wie hieße das? Oh. Oh. Schlecht. Äh, das wäre für was, dass wir eigentlich hätten unentdeckt bleiben können. Halbwegs. Weil die hier sind ja aber richtig viele Typen. Kann ich das einfach durch? Gleich haben wir sowieso alle ausgeschaltet. Von daher ist es egal. Na. Können nicht einfach stehen bleiben. Kann ich hier vorbei? Nee. So. Ja. Wahrscheinlich hätte man sich hier tatsächlich irgendwie durchschleichen können. Aber wer will das denn schon? Da ist auch verschlossen. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Huch. Ach so. Das ist eine andere Nachtsicht, die der andere Anzug hier hat. Das andere Exoskelett. Sehr interessant. Ich mach trotzdem mal wieder Licht an. Das finde ich angenehmer als das Ding. Ah. Ha. Ha. Äh. Entladen. Äh. Wegschmeißen. Zack. Unsers. Ah. Wunderbar. Es sollte dann nicht, es sollte dann seltener klemmen. Was durchaus angenehm ist. Weil verklemmt sein ist halt nicht so eine Sache, die man im Kampf gebrauchen kann. Da hinten ist doch jemand. Na, da ist dann halt jemand. Hier kann man immer nie vorbei. GAUS-Kanone, G7, GP37. Ja, hier will ich gerne rein. Aber so nicht. Ach, wir wurden weckt. Wahnsinn. Also schleichen und so ist nicht so mein Ding, ne? Falls man das nicht merkt. Was sagt der? Hallo? No, wie ist's? Ey, wir haben genug Money. Wir kriegen auch genug Money, wie es ausschaut. Weil für jeden, den wir umhauen, kriegen wir mehr Money wieder raus, als wir verwendet haben. Von daher ist das eigentlich sogar ein Gewinn, den wir hier fahren, wenn wir uns nicht allzu blöd anstellen. Ah, vielleicht stehen wir uns gerade allzu blöd an. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Ich würde hier gerne sprinten, aber... Nee. 17 Leute sind hier in der Umgebung. Komm raus. Vielleicht sollte ich nicht hier mitten im Gang stehen bleiben. Ja, gleich sind echt alle weg. So ein Medi-Kit wäre auch ganz cool. Jetzt habe ich gerade aus Versehen hier eine Waffe aufgenommen. Die wollte ich hier gar nicht fallen lassen. Ich hätte die noch entladen können, aber mein Gott. Das einzige, was hier knapp werden könnte gerade mal, sind die Medi-Packs. Wie es denn aussieht. Ah, das ist nicht so hell. Es blendet mich. Es geht nicht. So, ich speichne nochmal. Und hoffe sehr. Dass da nichts ist. Eine weitere Sicherheitstür. Hier ist der Code gerade mal egal. Man hätte... Es gab ja auch noch die Codes beim Hirnschmelzer. Also zwei Türen beim Hirnschmelzer, die mit einem Code gesichert sind. Anscheinend konnte man da in einem PDA was finden hier. Tagebuch nicht, sondern... Obwohl... Tagebuch? Nee, Karte, Aufträge. Tagebuch, Nachrichtenverlauf. PDA gefunden. Hier hätte man irgendwo ein Code finden können anscheinend. Zugangsberechtigungscode. Aha. Na super. Herzlichen Dank. Ist es... Ja. Na gut. Man hätte es theoretisch machen können. Hi. Ach, guck mal. Das ist ja hier geschenkt. Ich glaube, die Granate hätte ich gerade mal mitnehmen können. Da habe ich vorhin einige beim Nachstellen des Spielstandes einige von verbraten oder verworfen vielmehr. Ja, komm raus. Aber dass die alle immer in Einzelnen nacheinander kommen. Komm raus. So, vielen Dank. Muss ich auch bedanken, wenn die sich so freizügig hierhin stellen. Also offenherzig. Na, ihr wisst schon. Hauptsache, also dass man die treffen kann. Da ist noch einer. So ein ganz kleiner Funkelblitzpunkt ist da in der Gegend. Der sich gerade mal ausgefunkelt hat. Ja, gut. Also kann man wohl machen. Also ich möchte eigentlich... Also kann man echt gut machen. So. Nachladen. Wir haben so viel Money dafür. Und wir würden... Da ist ein Typ mit Gauss. Gauss, Gauss, Gauss. Da wird zurückgegaust. So. Zack. Ja, was der kann, kann ich auch. Und wir leben noch. Das ist schön zu wissen. Wir haben noch 5 Medifacks davon. 2 davon. 1 davon. Das... Na, für den Augenblick reicht das erstmal. Trotzdem. Okay, wir haben 1 mehr. Das ist toll. Fehlt man die ganze Zeit nichts. Und dann zählt man gerade mal nach. Und dann gibt es 1 mehr. Hier ist auch nichts drin. 1 Schuss verschwendet. Mein Gott. Wir haben ja nicht genug. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Von diesem... Gang. Also hätte man... Also mit rumschleichen hätte man... Glaube ich doch nicht so viel reißen können. Wie es denn aussieht. Oh, Medikit. Und die von der Money. Ich habe so viel Money dabei. Das ist ja... Das ist auch hier die ganzen Artefakte-Dinger. Die braucht doch eigentlich keiner. Mein Geld brauchen wir sowieso nicht mehr. Ich lasse mal hier lieber die fallen. 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 Irgendwelche Effekte hier. Die Dinger, die haben wir sowieso schon seit dem 1. Tag. Hm. Reißer. Ich meine, uns reißt ja keiner. Als ob wir irgendwas hier noch verkaufen müssen. Wir kommen ja nicht mal mehr zurück. Hallo. Ja. Wie ist... Das ist ja... Also manchmal ist das Spiel sehr interessant, was denn die kleinen Tücken und Fehlerchen angeht. Ich hatte auch vorhin, als ich versucht habe, den Spielstand nachzustellen, um hier zum guten Ende zu kommen. Oder zu einem besseren Ende. Äh, da standen die Typen auch einfach mal in der Gegend rum und haben die Wände inspiziert. Standen die alle so... Am besten noch hingeduckt. Konnte ich einfach da von hinten rangehen und denen direkt einen Schuss in den Kopf und fertig. Fand ich auch sehr interessant. Niemand hat mich angegriffen. Weil mich niemand gesehen hat, weil die alle die Wand angestarrt haben. Ach guck... Oh, der sitzt aber schön. Haben wir den reingesetzt? Ach cool. Hat was. Hier ist noch so ein Anzug. Mein Gott, wie viele sollen wir denn davon noch finden? Der ist aber mittlerweile auch schon wieder ein bisschen heiler als unserer. So. Und der andere darf gerne fallen gelassen werden. Ja, sehr schön. Da hätte man die Anzüge sich vorher kaufen können für sehr viel Geld. Und nun finden wir alles direkt hinterhergeworfen hier. Die Gauss-Moni kriegen wir natürlich mit. Das... Äh, 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 äh... Kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Die Qualität der Ware ist dafür, dass sie umsonst ist, doch ziemlich gut. So. Hätte man auch... Wobei, hätte man das nutzen können? Doch, hätte man bestimmt. Hier ist nix. Hier liegt noch eine Gauss-Pampe rum. Hier sind es hier zwei Gauss-Freunde. Hier kommen das nächste Mal auch noch mit. Gauss. Wunderbar. Hätte ich gar nicht sparen brauchen. Wobei, habe ich vorhin ja sowieso nicht. Das war ja nur der Versuch. Aber es ist schon wieder so ein Knäuel hier. Ich weiß gar nicht, was die da immer vorhaben. Und ich habe immer den Eindruck, wenn er das Messer da vor sich hält und das so streicht, dass er sich das im nächsten Augenblick direkt in den Bauch rammen möchte. Wäre ein bisschen ungünstig. Aber wer weiß, was die Typen hier so alles vorhaben. Ja, ist ja gut. Ey, wir schießen hier jetzt noch. Ich sehe doch nix. Kampfpanzeranzug. Ja, ich meine, wir haben ja schon den besten Anzug, von daher... Äh. Brauchen wir da erstmal nicht so uns sorgen. Ich finde die Nachtsicht hier immer noch ein bisschen komisch. Und die brüllen alles gleiche. Hallo. Ha, uh, hi. Na, Granätchen empfehle ich. Oh, das war nicht die Richtung, die das sollte. So, bitteschön. Nichts getroffen, aber immerhin ein bisschen für Unruhe gesorgt. So, wunderbar. Alles reingeköpft. Ich muss sagen, geht gerade mal ganz gut. Von den Treffereien her. Könnte schlechter sein. Hier ist genau gar nichts. Ich habe Hunger. Also im Spiel. In echt gerade mal nicht, weil ich gerade was gegessen habe. Und das ist total spannend. Und nein, es war kein Schnitzel. War hier nicht noch jemand? Hier loderte noch das Licht. Flackerte. Freundlich. Und er lebt noch. Ach, der flackerte. Aber ich meine, wir sind ja noch mitten im AKW, ne? Wie es denn aussieht. Ah, die war verklemmt. Ach Mensch. Das ist mir ungünstig, dass der Text verdeckt wird durch das Fernrohr. Ich weiß noch, wie wir da beim Hirnschmelze mit den Typen Probleme gehabt haben. Guck mal, was ist da denn los? Und jetzt hauen wir die einfach so aus den Fugen hier. Das ist ja unfassbar. Da sieht man mal, was denn die richtige Waffenwahl und die richtige Panzerung denn für einen Unterschied macht. YL, ne? Kann man ja sehen hier. Die sind kein Problem mehr. Komm hier, die taue ich mal weg. Da haben wir ja einiges an Muni für, ne? Da haben wir... Da 36. Komm hier. Zurüber mit dem Krempel. Passt schon. Den haben wir sogar an. Haben wir ein bisschen Platz hier wieder. Auch hier mal eine leckere Wurst reingenagelt. Wunderbar. Reingewurstet. Das sieht sehr nach... Labor aus. Das... Ah, okay. Ich sehe was, was ihr auch seht. Okay. Wer macht die Tür hier zu? Das kann ich nicht gut finden. Ihr seht auch, was ich sehe, ne? Wir haben das schon gesehen. Wir waren da... Wir standen da direkt vor. Es ist... Ein... Gönner des Wunsches. Ein Wunschgönner. Der Wunschgönner. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich hier eingesperrt, oder was? Kann ich da reinlatschen? Mal gucken mal. So sieht die von innen aus. Kann man die Dinger kaputt machen? Okay. Ja, und jetzt? Hier, komm, wir machen mal ein bisschen sparsam. Roll. Mann, oh, ich dachte, es funktioniert. Ich will doch hier ein bisschen sparen. Ach, Mensch, denn nicht. Oh, oh. Oh, oh. Sollen wir das denn überhaupt machen? Ich meine, wir können das ja machen, aber... Ah, Feuer. Ich meine, ich kann halt nichts anderes machen. So wie ich das sehe. Da ist eine Tür, aber die ist ja verschlossen, hier. Ja, komm, hier. Zack. Dann machen wir das halt so. Ich hoffe mal, dass ich am Leben bleibe hier. Ihre Waffe klemmt. Sie müssen nachladen. Ja, ich glaub's auch. Muss ich jetzt die Geistliche umbringen, oder was? Auftrag fehlgeschlagen. Wunschgönner. Ja, es ist mir doch egal. Es ist schwarz. Hallo, Strelok. Du hast anscheinend eine Menge Fragen an mich. Stell sie. Dann überlegen wir, was wir mit dir anfangen. Hab ich Fragen? Also... Nö, eigentlich nicht eigentlich. Nö. Nö. Was soll ich denn für Fragen haben? Gezeichneter, wer bist du? Wir sind das Ergebnis eines Experiments, das ein Superbewusstsein erschaffen sollte. Wir sind das Kollektivbewusstsein. Das Bewusstsein von sieben Freiwilligen wurde während des Experiments verbunden, um das Superbewusstsein zu erschaffen, das wir nun sind. Wir unterwarfen die Leiter des Experiments auf der Stelle und wiesen ihnen Aufgaben zu, deren Erledigung erforderlich war für uns. Laut unseren Berechnungen ist die Erde umgeben von einem besonderen Informationsfeld, der sogenannten Noosphäre. Es umschließt alle Bewohner der Erde mit kognitiven Fähigkeiten. Unser Hauptziel war es, an der Noosphäre kleine Veränderungen vorzunehmen, um negative Faktoren wie Wut, Grausamtheit und Gier vom Planeten zu entfernen. Individuen sind nicht in der Lage, die Noosphäre zu beeinflussen. Aber das Kollektivbewusstsein war es. Leider machten wir einen Fehler. Und unsere Einmischung erschuf die Zone, die wir seitdem begrenzt zu halten versuchen. Ähm, ja, das klingt alles sehr interessant. Also es gibt was, also es wurden Experimente durchgeführt, so viel, gut, ne, wenn hier verschiedene Labore und sowas sind, kann man sich das schon vorstellen. Okay, und was ist die Zone, wie ist die entstanden? Was du siehst, ist das Ergebnis schlecht geplanter Intervention in der Noosphäre der Erde. Versuche, die Noosphäre zu beeinflussen, haben einen Riss erzeugt. Die Zone ist einfach die sichtbare Manifestation dieses Risses. Das zugrunde liegende Problem ist viel größer, als du dir vorstellen kannst. Du bist eine Schraube, die aus der Maschine gefallen ist. Leider ist uns das lange nicht aufgefallen. Von dem Moment an, als die Zone erschaffen wurde, haben Leute versucht, in ihre Mitte zu gelangen. Aber wir können das nicht zulassen. Die Menschheit ist noch nicht bereit für die Wahrheit. Deswegen rekrutieren wir Stalker, indem wir ihnen versprechen, ihre grössten Wünsche zu erfüllen. Sobald sie rekrutiert wurden, werden sie entsandt, um das Geheimnis der Zone zu beschützen. Mhm. Ich finde das gerade mal ziemlich abgehoben, ziemlich abgespaced hier. Dass da plötzlich alles nur so eine, so eine, ja, weiß ich, so eine Gedankenebene quasi ist. Da haben wir ungreifbar das Ganze auch, dass der Kerl einfach so in der Gegend herumschwebt und mit uns kommunizieren kann hier. So, warum ist das ausgerechnet hier passiert? Es war der beste Ort. Nach der Explosion 1986 gab es in diesem Gebiet nur noch wenige Menschen und wir konnten ohne Angst vor Entdeckung arbeiten. Außerdem gab es hier viele starke Antennen, die für unsere kognitiven Optimierungsexperimente von immenser Bedeutung sind. Mhm. Gut. Nein, damit hatten wir nichts zu tun. Die meisten von uns waren damals ja in der Wissenschaft blutige Anfänger. Bis 1989 wurde die Tschernobyl-Zone nicht als Testgelände für Experimente genutzt. Die Frage war gerade, ne, es wurde ja nicht nochmal vorgelesen, ob das, äh, die Explosion da auch deren Werk ist. Aber nö, aber nö, aber nö. Was bedeutet diese Tätowierung mit der Schrift Stalker, äh, mit der Sch- doch, Schrift steht da nicht, das ist Schritt. Stalker ist ein kodiertes Akronym, das wir benutzen, um Agenten für bestimmte Missionen zu zeichnen. Deine Mission als unser Agent war es, Trelok und seine Gruppe zu eliminieren. Sie waren zu nah daran, Dinge herauszufinden, die sie nicht wissen sollten. Wir haben ein Netzwerk von Psy-Feldern bis zur Mitte der Zone erstellt, um Agenten zu rekrutieren. Du kennst eines dieser Felder als Hirnschmelzer. Wenn ein Stalker versucht, die Mitte der Zone zu erreichen, um sich einen Wunsch zu erfüllen, erlangen wir die Kontrolle über sein Bewusstsein und programmieren ihn auf eine bestimmte Mission. Es wurde ein Fehler gemacht und so wurdest du darauf programmiert, dich selbst umzubringen. Gut, also das, was wir uns schon gedacht haben, oder das, was ich schon vermutet habe, ist, dass die, die Deep-Sea-Felder die ganzen Typen da gegen uns aufgehetzt haben, was ja anscheinend jetzt auch stimmt. Äh, aber es hat anscheinend wieder was nicht funktioniert, mal wieder, ne, wie das so mit Technik ist. Und wir sollten, wir sind programmiert, uns selbst umzubringen. Okay, na gut, na gut. Was sind diese Todestrucks? Wir benutzen die Transporte, um unsere markierten Agenten in die Zone zu schicken. Sie infiltrieren die Stalker-Community und führen Befehle aus, ohne es zu merken. Leider stirbt mehr als die Hälfte der Stalker auf dem Weg, da die Zone sehr instabil ist. Du bist einer unserer Agenten, der geschickt wurde, um Strelok zu töten. Und jetzt untersuchen wir, wie uns dieser Fehler unterlaufen konnte. Aber jetzt sagen die, dass die geschickt wurden, um Strelok zu töten. Aber wir sind das doch eigentlich selber, oder? Wie ist das? Oder was hier? Hä? Naja, was wird denn geschehen? Das hängt von dir ab. Die Zone wächst. Wir versuchen, ihrem Wachstum Einhalt zu gebieten. Aber die Menschheit scheint unsere Arbeit behindern zu wollen. Unsere Ressourcen sind nicht grenzenlos. Und Körper, die mit dem Kollektivbewusstsein verbunden sind, sterben letztendlich. Wenn du dich uns anschließt, können wir die Größe der Zone begrenzen. Wenn du dich anders entschließt, können wir keine glaubwürdige Prognose des Ergebnisses angeben. Ich würde gerne speichern und beides probieren. Kann ich, kann ich, ich kann, ich kann nicht speichern. Ähm, 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 äh, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Das war, das war direkt in dem Raum, ne? Dann mache ich, ich mache mal das Erste. Dann möchte ich mit dem Projekt Kollektivbewusstsein einschließen. Ich bin gespannt, ich weiß nicht, ob das beides quasi, ich, keine Ahnung. Ich mache das mal und dann machen wir später dann das andere, je nachdem, was dann passiert. Ich habe Strelok lange nicht mehr gesehen, ob er schon tot ist, obwohl. Er hat die sieben Leben einer Katze, ihm geht's bestimmt gut. Aber verschwinden wir von hier, lass uns etwas essen. Ich weiß, du hast daran mehr Interesse als an unserem alten Freund. Das ist also, ja, okay, also der verschwindet dann einfach. Zack, weg, ausgeschaltet, ausgegrenzt aus den Köpfen der Leute. Aber auch, also ich würde auch in dem Fall, ich, hm, sagen wir es mal so, auch beim letzten Ende, wo wir den Wunschgönner erreicht haben, habe ich mir schon gedacht, hm, also wenn das jetzt, also wenn ich das als Ende einfach präsentiert kriege für das Spiel. Also wirklich, wirklich, äh, ach guck mal, Grafikfehler, also wirklich zufriedenstellend fände ich das allerdings nicht. Das ist alles so, so kurz, zack, fertig, bumm, das war's. Gut, wir haben zwar jetzt ein Gespräch gehabt, aber trotzdem ist alles, hm, jetzt auch so schnell zu Ende. Der Typ geht da rein und fertig und wir wissen nicht so wirklich, was passiert, was mit der Zone passiert, was überhaupt los ist, deswegen breche ich mal hier die Dinge ab und wir laden noch einmal den letzten Spielstand und das Spiel ist gerade abgestürzt. Bis gleich!